Einer davon zwischen den Tasten der Tastatur treffend. So, wir kommen hier zurück in unserem Spital. Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Einen Patienten müssen wir noch heilen, dann haben wir diesen Bonus geschafft. Patienten mit hellem Köpfchen treffen ein. Die jährliche Prüfung steht bevor. Das Köpfchen kommt, ja. An der Todesfalle, Serschen. Gut, helles Köpfchen müssen wir jetzt eh lassen. Der können wir jetzt nicht dagegen machen. Da können wir wirklich noch zu machen. Aber gut so, bis jetzt. Der wird sterben. Er ist gestorben. Wupp. Eingesagt. Ja, sehr schön, aber. Auf jeden Fall sind wir gleich, weil er vier. Unsere Aufnahme hat nichts mehr zu tun. So, wir können auf jeden Fall den ganzen Kurs machen. Weile 4 beginnt jetzt. diese werbeeinblendung wurde aufgrund einer meinungsverschiedenheit zwischen radio two point und den produzenten von jambonuts entfernt der name jambonuts sollte gar nicht erwähnt werden können wir es noch mal aufnehmen ok super so ein baum wenn wir da reinhauen eine sonne ring oder sonic blume dann so eine tote mit dartscheibe Bitte aufteilen, euer Arzt kommt gleich. Wunderheitsinspektor tritt bei, es soll kommen. Kein Arzt ist momentan verfügbar. Wir müssen langsam Ärzte auch wieder anstellen. Kurse ganz wichtig, um die Mitarbeitenden zu fördern, das haben wir jetzt wirklich gelernt und es bringt auch, glaube ich, viel. Deswegen machen wir das auch hier so. Ja, haben wir unser erstes kleines Spital, das kriegen wir schön, schön, schön hin. Schön, 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 schön hin. Und nochmal 32% auf Welle 4. Da sagt sogar das Einkommen. Damit kann der Mechaniker, gut. Individuell gestaltete Kunstwerke sollten geschlackvoll und vorzeigbar sein. Ja, schön. So, müssen wir den Maune bringen. Ja, was? Song. Dauerantag. Dauerantag. Ich habe keinerlei Absicht, mich solchen Zumutungen hinzugeben. Ja. Ja. Und schon. Ah, jetzt. Dann. Dauert er noch? Vielleicht können wir da auch nicht dauernd welche machen. respect. Ich bin komplett . Ah, speichert. Ok. 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 So, dann können wir auch noch ein Kalammer ziehen. So, don't, don't do. Ich finde ich viele Ärzte, ja, momentan ist irgendwie nichts zu tun, aber warum auch das ist er, das ist er, irgendeinen haben wir noch, den wir hängen müssen. Jetzt haben wir uns eine nächste Folge in 11 Tagen. So ist das auch cool. Jetzt sind wir schon länger dabei. Temperatur, Komfort. Jetzt arbeitet nicht kostenlos. Kann ich jetzt sagen, warum? Was soll da kommen? Ja. 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 Ich glaube jetzt haben wir alle auf jeden Fall viel zu tun. Ja. 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 es läuft alles sehr 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 gut es gefällt mir gefällt es gefällt mir gefällt mir gefällt mir ein geist haben wir ein hausmeister bitte wenn man ein geist hausmeister wo auch immer ein hausmeister ist abgeschlossen bräuchte jetzt meine medizin und ich mache zahlen egal wenn das einer könnte es folgt jetzt unser neues format bicklewolves bewertungen heute nehme ich das neue gourmet restaurant le souffle trist unter die lupe welch ein genuss für den verwöhnten gaumen das straußenrührei aufblanchiertem tost ist ein ganz besonderer genuss 4 von 5 salz streuern der gesundheitsinspektor kommt ja wieder und andauernd und man noch jetzt bauen ja 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 Was? Das ganze So-Ziele haben wir auch. Kein Mechanik. Ja, geht gern, zahle ich auch. Danke. Station. Wenn alle kommen, packen wir. Ja, das sind gleich Welle 6. Also es läuft alles sehr, sehr gut bislang. Zwei Patienten sind es noch, ich sehe die zwar jetzt gar nicht. Stationär aufgenommen. Kann nicht sein. Kann ich jetzt machen. Und der andere liegt dann noch stationär, ja. Ja, muss jetzt ein zweiter Alter helfen. Ja, neun Tagen. In neun Tagen sehen wir uns wieder. Bis dahin, haut es gut und haut rein in Welle 6.